Die Nagel. Ich muss leben. Papa! Ich hab den dann total vergessen gehabt. Und nochmal zurücklaufen, weil es so schön war, weil wir gerade erst da gewesen waren. Ach ja, die ganzen. Ich will nochmal machen dürfen. Finde ich ein bisschen nervig gemacht. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass es ein bisschen doof gemacht, dass da halt die Gegner wieder erscheinen, wenn man zurückkommt. Also wenn man hin und her geht, weil ab und zu mal, wenn man so doof ist wie ich. Der stirbt dann doch öfters mal und ist dann vor, wenn der Gegner nicht wiederkommt. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Auf ein neues. Auf ein weiteres Gemetzel mit den Leuten, die da alle wieder rumbuseln. Aber da kann man nichts machen. Und wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Ich meine, bei euch müsste es jetzt voll langweilig sein, weil ich gerade noch mal die Scheißgegen nochmal mache. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich lang muss. Das Problem ist einfach, da hinten sind mehrere Einwohner, whatever. Und auf der anderen Seite ist dieses riesige Vieh. Ja, das ist schon krass. Ja. 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 Ja! Ja! Ja. Ja! Ich meine, die schaffe ich einzeln vielleicht, aber nicht alles zusammen. Hier oben ist noch einer. Okay, unsere Waffe wird auch schon mal besser. Das ist ein Vorteil. Ich darf doch einem nicht mehr missgaben. Oh! Was ist das denn auch? Nimm mich halt den da. Zumindest ziehen sie mich nicht mehr alt so viel ab wie beim letzten Mal. Da hinten ist das ganze Arsch. Wie soll ich denn die schaffen? Es sind viel zu viele. Na klar, ich kann es versuchen, aber das gut geht es in andere Sachen. Ja, was müssen wir jetzt hin? Dann bleiben wir bei den Jaulen nochmal stehen hier. Kommt mal schneller, kommt mal schneller. Immer weiter. Immer heller. Obwohl er noch pullt. Okay, der andere hat uns schon entdeckt. Ich bin hier. Ich bin der Bestie. Jey, ich hab meine Blut-Dingsbums irgendwann Schlachtnichthof wieder zurückgekriegt. Jetzt ist da noch dieser komische Typ mit dem Dingsbums. Der läuft aber gerade da hinten zurück und ich will nicht... Oh, das wird so böse hinten. Das wird mir jetzt schon wehtun. Oh, ich bin hier. Hier. Das hat ja keiner gehört von da oben. Aua! Aua! Bist du! Bist du! Bist du! Bist du! So... Siebenhunder sehen und wir werden sie gleich alle verlassen. Wenn wir uns nach und nach die Soldat umführen. Ihr seid nicht der Wunsch! So. Ich hab auch die falsche Nummer. Kannst du hier drücken? Das wollte ich eigentlich gar nicht drücken. Hey ihr! Ah! Ah! Alles läuft! Oh! Nein! Nein! Renn! So. Wer wollen wir auf den Wind? Eine. Sicher zahlbar. Wir lichten so langsam die Meute da unten. Aber nur so langsam. Aber es ist gut. Es gibt Seelen. Oder was auch immer ich da sammle. Oder was ich hier? Hilfe! Hilfe! Tochter! So! Ah, wir haben dann noch ein paar Wellen. Es sind immer noch voll viele da, ne? Oh! Oh! Vermehren die sich wieder? Also werden es wieder mehr? Ja? Okay. Brenzung! Allzehletmen! Bestias! Okay. Okay. Ich muss mich zurückhalten. Ich schirr's. Alter! Was ist das für ein Vieh? Verdammt! Mist, ey! Ich muss leben. Mist, 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 Mist! Und so viele Seelen, jetzt futsch! Oh Mann! Das ist doch kacke! Ich könnte heulen jetzt! Die hatten so viele Seelen gehabt! Ich bin sauer! Mütend! Weg! Weg! Das ist doch scheiße! Irgendwie so'n scheiß Köter, ey! So, kommt her. Einen habe ich. Der kommt. Der ist Zeit für den Fluch. Schnauze voll jetzt hier. Schnauze voll jetzt hier. Bleib! 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 Gebraucht nicht lange! So. Ich brauche zwar wieder Dings für Knabenmusikion, aber jetzt wurscht. Da oben ist keine mehr. Irgendwie wollen eine Meute da oben. So. So. Ich glaube, du schnauze jetzt auch voll, ey. So. 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 Was ist das? Wenn man die Staub so voll hat, dann hat man sie einfach nur noch voll. So. Wo ist da der scheiß Köter? Da kommt der! Ich bin hier. Die drehen sich alle rum. Die machen nichts. Ich bin hier. 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 Ich bin hier.